Tipp des Magazins Nummer 1 ist heute Linas Maskenspray. Herzlich willkommen zur Friedensschau vom 21.03.2021. Wow! Ja, heute geht es ganz um den Frieden. Es gibt wieder eine neue Quelle, die Frieden erschaffen möchte in deinem Inneren und im Außen und dafür steht das Abiomatik Magazin, denn das hat heute gestartet, je nachdem, oder startet, nein, es hat heute gestartet, es ist ja der 21., aber im Moment ist es bei mir noch der 20. Und es geht natürlich um den Frieden und um ganz vieles, was dir den Alltag erleichtern kann. Deshalb oder für das entsteht oder wächst, darf das Magazin wachsen. Ja, ich lasse mal sie da reden, was sie zu sagen hat zum Magazin. Ja, weil dann sind wir immer auf der sicheren Seite. Egal, was dir widerfährt auf diesem Weg, du weißt, du bist auf dem richtigen Weg. Was bietet dir das Magazin? Für Leser und Leserinnen bietet es dir wertvolle, geniale Lösungen, die dir den Alltag erleichtern auf allen Ebenen, wie auf der geistigen Ebene, seelischen Ebene und körperlichen Ebene und dies auch immer unter Berücksichtigung zur Umwelt, also sprich Natur und Tier. Es bietet aber auch Menschen, Seelen die Möglichkeit, die ihrer Berufung nachgegangen sind und ihr Wissen vertieft haben, weil sie sich dem berufen gefühlt haben und jetzt den Wunsch haben, dieses Wissen mit den Menschen zu teilen, weil sie wissen, dass es für sie einen genialen Mehrwert ist. Tipp des Magazins Nummer 1 ist heute Linas Maskenspray. Lina berichtet, wie dieses Tragen der Masken gesundheitlich schaden kann, aber sie berichtet nicht nur, dass es schaden kann, sondern sie hat auch eine geniale Lösung. Viel Inspiration und Freude beim Lesen und Anschauen des Magazins, euer Abiomatik-Team. Ja, es freut mich riesig, wie das Leben mit mir flirtet gerade, was das Abiomatik-Magazin betrifft. Vielleicht flirtet es auch mit dir, schau es dir an, wir würden uns freuen. Und ich muss schon wieder, weil, ja, wir haben noch einiges zu tun, damit morgen, also für dich heute, dann das Magazin bereit ist. Doch etwas möchte ich nochmals auf den Weg mitgeben. Abiomatik baut auf den Naturgesetzen auf. Das heißt, diese Naturgesetze, ich kann es nur immer wieder sagen, diese sieben kosmischen Gesetze und überhaupt die Prinzipien, das ist das Einzige, was wir tun müssen. Wir müssen diese verinnerlichen, sofern wir uns inneren Frieden wünschen und Weltfrieden, dann ist das eine perfekte Lösung. Natürlich musst du es nicht, wenn du schon im Herzen bist und alles funktioniert in deinem Leben wunderbar, dann natürlich nicht, aber wenn du irgendetwas verbessern möchtest in deinem Leben, dann beschäftige dich mit den sieben kosmischen Gesetzen, denn sie bringen uns den Frieden, wenn wir uns daran halten und du wirst ganz viel von diesen Gesetzen auch im Abiomatik-Magazin erfahren. So, ich muss weiter, wir haben heute noch ein Treffen, damit wir morgen das Magazin toll und sauber und genial rauslassen können. Ja, also ich bin ja so riesig dankbar, was es für Menschen mir gebracht hat für das Magazin, damit es jetzt richtig, schon richtig professionell aussieht. Ciao! Ciao!